Mein komplettes Essen für einen Tag im Büro und ich war glaube ich in unter 15 Minuten fertig. Ich habe mir erstmal Eier gekocht, dann Kartoffeln geschnitten, die hatte ich schon fertig, das spart auch immer mega Zeit. Hüttenkäse mit Avocado vermixt und drüber geben, am Ende noch die Eier drüber schnibbeln und ein bisschen was Frisches wollte ich noch. Da habe ich Tomate, Petersilie, ein paar Zwiebeln genommen und dann war die erste Mahlzeit schon fertig und es geht weiter mit dem Dessert oder Snack, wie auch immer. Einfach Haferflocken mit Apfel und Magerquark glatt rühren und dann habe ich noch ein bisschen Dattel für die Süße dazu und am Ende ein paar Nüsse. Ich packe euch alle Zutaten, die genauen Mengen in die Beschreibung rein. Happy Meal Prep!